Schwimmen ist gesund, das sagte schon meine Mutti. Und nach getaner Arbeit im Büro eine Runde ins Wasser springen, das wäre jetzt genau das Richtige für mich. Dann checke ich doch noch mal schnell die Öffnungszeiten der Schwimmbäder bei uns im Landkreis. Huch, was ist denn das? Okay, also das habe ich in dieser Form so noch nicht gesehen. Hm, also farbenblind sollte man hier besser nicht sein. Kenne ich das Datum, kenne ich den Wochentag. Dann kenne ich die Farbe und jede Farbe steht für eine andere Öffnungszeit. Grau-Blau bedeutet 6 Uhr 30 bis 8 Uhr und 15 bis 21 Uhr. Ganz schön kreativ. Cool, den Kalender kann ich mir als PDF herunterladen und direkt auf meinen Rechner abspeichern. Ob die Gezeiten auch von Belang sind? Ich checke sicherheitshalber auch noch den Mondkalender. Das mit dem Schwimmen, das verschiebe ich vielleicht besser auf Sonntag, oder? Ach nee, an den violetten Tagen kann ich nicht.